In Braunau am Inhaben die Umbauarbeiten am Geburtshaus von Adolf Hitler begonnen. Bis 2026 soll das Gebäude in eine Polizeiwache umgewandelt werden. In Braunau am Inhaben die Umbauarbeiten am Geburtshaus von Adolf Hitler begonnen. Bis 2026 soll das Gebäude in eine Polizeiwache umgewandelt werden. Um über die Nutzung des Hauses zu entscheiden, wurde ein Ausschuss eingesetzt, der bereits 2016 seine Empfehlung vorlegte. Die Umwandlung in eine Polizeiwache ist umstritten. Florian Kotanko, Vorsitzender des Vereins für Zeitgeschichte Braunau, meint, es ist meiner Meinung nach zu wenig. Es fehlt jegliche historische Kontextualisierung. Und die Intention des Innenministeriums, es soll durch einen Umbau der Wiedererkennungswert genommen werden, ist meiner Meinung nach nicht erfüllbar. Verhindert werden soll, dass das Gebäude zum Wallfahrtsort für Neonazis wird. Seit zwölf Jahren steht das Haus leer. 2016 wurde die langjährige Eigentümerin enteignet, nachdem eine Einigung über eine Übernahme durch den Staat gescheitert war. injectte das Haus aus Sicht. Vielen Dank.